hey leute und zwar geht es um die money lobby weil ich jetzt auch mal anfangen wollte ein bisschen geld zu verteilen und zwar läuft das ganze im teamspeak 3 ab ja und wer halt rein möchte muss mir bei skype schreiben oder halt ein psn weitere infos werde ich dann bei skype bekannt geben ja würde ich dazu jetzt noch sagen also ich denke mal dass das so in zwei wochen los geht ungefähr genau das werdet ihr dann noch erfahren kann auch sein dass es auch in einer woche ist ich bin mir nicht ganz sicher werde jeden versuchen dran zu nehmen und nicht so durcheinander wie bei anderen die versprechen dass sie dann dann dran kommen wir das alles ganz genau aufschreiben damit ihr dann nicht stundenlang wartet und dann nicht dran kommt deswegen dann haut erstmal rein und dann bis man sich schreibt ist dann so Untertitelung des ZDF, 2020